Ich bin ein Taucher. Guck mal, wie schnell ich schwimmen kann! Ich hab's ja aufs Skateboard, um Schwimmbecken zu fahren, ist verboten! Ello, hier ist Ronja und willkommen zur Fortsetzung der letzten Folge Roblox High School. Letzte Folge haben wir meine Nachbarin Mackenzie Siegler getroffen, die verrückterweise bei uns auch in der Schule ist. Und ich hab versucht, mit ihr zu reden, sie hat sich nicht mit mir anfreunden wollen. Deswegen gehe ich traurig über einen weiteren Tag über. Und genau, ich würde sagen, lass uns anfangen. Hoppala, ausrüsten. Ich will jetzt auch mein Skateboard ausrüsten. Weißt du, Rennen darf man nicht am Schwimmbecken, aber von Skateboards fahren würde nie die Rede. Guck mal, jetzt fährt die auch. Melanie macht uns voll nach. Melanie ist unser neuer Sidekick. Ey, wisst ihr was? Ich kaufe jetzt mal eine Pizza, weil da ist die Pause da. Ne, die Pause ist offensichtlich da, um im Schwimmbad zu skateboarden. Offensichtlich. Ey, die haben einen Cheeseburger auch. Ich komm hier nicht raus. Alter, ich bin stuck. Das Skateboard zieht mich nach unten. Ich kaufe mir eine Pizza, ich kaufe mir eine Pizza. Nein. Du kannst eins zurück und es ist weg. Ich esse jetzt. Okay. Ich bin jetzt wieder... Wo seid ihr? Oh, wir müssen so tanzen. Oh nein, tanzen beginnt, ich hab noch gar nicht gegessen. Du kannst ja nachessen, danach ist es Mittagspause, glaube ich. Oh stimmt, tanzen war übel schwer. Lass mal schauen, ob wir das schaffen. Da gab es hier einen Typ, ja. Einen gab es hier, der 99,97% Treffer hat. Ich hab in meiner Freizeit, äh, deswegen haben wir nichts aufnehmen können, weil ich die ganze Zeit hier war und tanzen trainiert hab. Hier ist ein Cheeseburger. Guck mal hier, mir antwort... Hier, der eine sagt mir Hi. Ich fühl mich geehrt. Hi richtig, Ronja. Die mit dem Dings. Wow. Ich bin begeistert, weil die davor einfach nicht... Hi. Dann sind wir gut groß. Okay. Ronja stinkt. Dankeschön, Tops. Boah. Grunzt er noch. Okay. Oh, das ist richtig schwer. Okay, bis jetzt läuft's. Jetzt alle ganz ruhig sind und das einfach... Oh mein Gott. Was für eine Situation. Oh mein Gott, das ist so schwer. Weil du genau in dem Moment auch drücken musst. Wie viel Punkt habt ihr? Kann ich nicht gucken. Ah stimmt, mehr als du. Jetzt wird's gemein. Jetzt wird's gemein. Jetzt wird's gemein. Jetzt wird's richtig gemein. Oh mein Gott, nein. Ich hab 10.000. Was? Ich hab 6.000. 11.000. Wie? Ich sag dir, ich hab die ganze Zeit das Spiel trainiert. Glaubt mir keiner. Nein. Ich glaub, du kriegst mehr Punkte, wenn du auf Combo bist. Ja. Bei jedem Spiel mit dem Quicktime so. Oh ja, ich merk's auch grad. Mist, ich bin wieder auf 1. Wenn du Combo hast, kriegst du brutal viele Bonus. Wie viel seid ihr? Ich weiß es nicht. Nein. Ich hab ein Combo-Dingsverkuck. Das ist voll tense hier. So, zack, 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 zack. Ah, das ist gemein. Da kommt so viele Sachen auf mich zu. Oh, ich hab 14.500. 23.000. Was? Easy, boys. Ey, Freunde, wie gut. Warte, warum kommt kein Score? Wieso kommt kein Score? Kommt bei euch ein Score? Please, tanzen wir mal ab. Okay, jetzt. Ah, plus. Ah, plus, Leute. 99,2 mit Ansage. Ronja ist besser als Melanie. Besser als Melanie. Ich bin so ein Biest in diesem Spiel. Ah. Hi, Flo. Oha. Ich fühl mich begeistert. Komm, die kennen uns alle. Hi, Melanie, sagst du. Ist das Melanie? Und Ranja und Pups. Ranja. Soll ich Melanie mal sagen, wer sie gerade geslappt hat in Tanzen, Melanie. Hallo, Ranja. Ach, come on. Guck mal, die hat auch ich hab nachher noch Ronja geschrieben. Guck. Die hat sich nur vertippt, weil das A und das O sind direkt nebeneinander auf der Tastatur. Das weiß jeder. Das ist nur, das eine ist ganz links und das andere ist ganz rechts. Das kann mal passieren. Ich werde jetzt hier essen. Ja, stimmt. Wir haben Mittagspause. Ich teleportiere mich jetzt zum Mittagessen. So, was hast du denn? Der gelassene Mittagslady. Hey, ho. Willkommen in der Cafeteria. Könnte ich bitte ein Mittagessen bekommen? Kommt gleich. Guck mal, die ist voll nett. Ich hätte gerne... Hey, setz dich zu uns. Äh, ich hätte gerne was Vegetarisches. Das ist alles mit Fleisch. Guck mal, Melanie sagt und Izzy1 sagt, könnt ihr mich grüßen, bitte. Grüße gehen raus an Izzy1 und Melanie mit 3L. Oh, Melanie 0. Jetzt sollen alle gegrüßen. Ich kaufe mir einen Taco. Das ist bestimmt kein Fleisch da drin. Mittagessen beginnt. Mittagessen, Stunde fängt an. Okay, ich werde der Beste sein. Ich gewinn das Mittagessen, Leute. Ich habe jetzt schon was gekauft, deswegen kann ich das jetzt schon essen. Esst euch zu mir. Wer sitzt denn bei den coolen? Hi. Warte. Das Hummel ist der einzige blau Tisch. Ah, ne. Hummel ist es nicht, egal. Guck mal, die sind zusammen. Melanie und Ruff. Cute. Guck mal, Melanie sitzt nicht zu uns. Oh, guck mal. Das ist voll holzum. Und der Lehrer sitzt auch dabei. Das ist aber illegal hier. Der Lehrer ist mit Melanie zusammen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Tops, schreib einfach Ruff. Hi, Schatz. Guck mal, du könntest dich vielleicht mit Carina-Fan zusammentun. Oder mit Leni. Leni antwortet. Mich auch, bitte. Easy 1 hat kein Platz mehr. Oh nein, Easy 1 hat kein Platz mehr. Easy 1 kann auf dem Tisch stehen. Oh Gott, Jumps. Protere Leni, sag danke. So richtig passiv-aggressiv. Mich auch, bitte. Danke. Das war wahrscheinlich nicht so gemeint. Sorry, das wäre jetzt gemeint. Nee, der meinte mich auch so. An F. Was? Ich bin so verwirrt. Ich guck mal, unser Tisch ist so cool, dass alle beunseln zu wollen. Ja, das ist echt so. Wir sind der coole Tisch. Guck mal, evil 08 da drüben an. Sad. Und super drops die Lehrer. Fertig. Wir sind, guck mal. Das liegt daran, dass wir alle Cheerleader sind. Die Cheerleader sind nämlich die Beliebten in der Schule. Guck mal, Kiki schreibt, it's not funny. Oh, Kiki. Warte, Kiki ist Englisch. Deswegen hat Kiki mir nicht geantwortet. Melanie sagt, ich liebe eure Videos. Dankeschön, Melanie. Das ist aber nett. Oh, guck mal, du machst ein Herz. Das ist ja... Oh, guck mal, jetzt sind alle froh. Ich frage mal, Mac Kenzieka hat neun. Aber, warte. Kiki. Ich liebe Käsetoast. Wen ihre? Ich glaube, Mackenzie will sich nicht... Ich hätte seinen Namen wissen können. Mackenzie ist kein deutscher Name. Ach, Mann. Ihr habt ja ne gegessen? Wir haben alle gegessen. Guck mal, Easy hat nen Hund auf ihrer Schulter. Nein. Matze hatten wir doch gar nicht. Oh, jetzt kriegt Hobbs seine Sex. Neben die... Achso, die, die neben uns gesessen haben. In der Mittagspause. In Roblox. So freundet man freuen die Leute. Aber, warte, ich sitz nicht... Ich sitz nicht direkt neben der Tür. Warte, wenn du... Das ist das Praktische, wenn du neben der Tür sitzt, kannst du direkt rausrennen, weißt du's? Ja, aber... Aus der Mathe stimmt. Aber, Hobbs, jetzt geb ich dir mal nen Tipp, weswegen ich bei der Schule auch nie neben der Tür gesessen ist. Weil, wenn irgendjemand die Tür aufmacht im Winter, zieht's dich am meisten... Aber, Flo, haben wir gerade Winter? Hm. Und außerdem, guck mal, das ist ein ordentlicher Flur und da sind viele Heizungen. Weißt du, ich esse mir meine Pizza nebenbei. Ist mir egal, ob der Unterricht oder... Ey, guck mal, die schreiben grad hier. Oh, das ist voll... Ich mag den Chat. Der Chat ist fantastisch. Guck mal, das ist voll... Oh, cool, sagt Legodarin. Nee, der heißt... Der heißt... Der heißt... Und der ist zusammen mit... Ich weiß nicht mehr wem. Kann ich mit Melanie. Freunde, jetzt lass dich hin, sonst klauen dir den Platz. Ich kann nicht. Äh! Du musst draufhüpfen, so. Alle, was... Der Typ hier hat irgendwie gefühlt hier so ein Dings. Was sind die denn da? John hat irgendwelche Spider-Man-Sies. Okay. Ach, ja, wir sitzen ja alle so hinten in der letzten Reihe. Und Pretty Bunny macht Fake-Werbung für irgendwelche... Löse-Matte-Aufgaben! Löse-Sie-Matte-Aufgaben. Leute, du musst tatsächlich Mathe-Aufgaben lösen in Mathe. 5 plus 13. Okay, wow. Tens. Warte, wieso muss ich warten? Ich hab's abgesendet. Ich glaub, dass es bis jeder hat. Oh nein, du hast 15 Sekunden pro Rechnung. 15 Sekunden pro Rechnung? Oh, warte, ich war langsamer als Melanie. Ich kann mal ein-tippen. Natürlich ist meine Antwort richtig. Ich hab mein Abi gemacht. Das ist so sad. Mann. Dann wird abgelenkt. 24, 33, ab-send. Ja, ich... Nein, du trufst alle, du trufst auch viel schneller als ich. Ich war langsam. Ich kann mal ein-tippen. Ich weiß nicht, kann man es ein-tippen? Guck mal, aber die anderen... Ja, das ist falsch. Oh nein, ey, das ist voll challenging. Challenging-Aufgaben wie 14 minus 13 plus 10. Okay, aber guck mal, wir sind die drei Obersten. Also, wir sind schon mal... Ja, das andere wäre auch echt peinlich. Oh, das ist... 2,26. Oh, man. Also, Traumaspiel. Ich bin doch noch langsam im Zippen, weil ich die ganze Zeit lachen muss, weil es so irgendwie ridiculous ist. Du, 11 Sekunden pro Rechnung. Ich hatte schon meine erste Malrechnung, möchte ich ja nochmal angeben, ne? Ich hab schon... Das ist so ein Traumaspiel. Warte, vier Sekunden. Das geht besser. Das geht besser. Du, du trufst nicht, ey. Zum Beispiel in 2,54. Oh, der Zwecke hat drei, vier Sekunden. Warte noch da drauf, dass du immer was falsch machst. So, ich muss nicht ganz lachen. Hey, da, da musst du aber jetzt ein paar mir rechnen. Du musst dir erst rechnen. Ich glaube, es 7 Sekunden hat gebraucht. Hat er gemacht. Ja, wieder... Aber ich bin böse. Meine Antwort ist richtig. Melanie hat selber falsch gemacht. Oh, aber ich hab hier schon mit Klammern und sowas. Okay, okay, okay. Alles klar, 10 kommt raus. Oh, ich hab auch richtig rechnen. Ich hab in Klammern 5 mal 3 geteilt durch 5 plus 7. Meine Antwort war richtig. Alle Formen waren falsch. Und, wie haben wir? Ihr habt alle da. Ihr habt alle da. Bis auf. Ordentliches. Ah. Ihr habt Träumchen. Guck mal, wie viel Cash wir machen. Ich hab 319 Cookie. Cookie Cash. Ey, das macht voll Spaß. Das ist voll super-tastisch. Ich hatte früher so Mathe-Computerspiele. Hatte die die auch? Ja! Das war super. Da konnte man so Goblins einfärben, oder was das war. Wenn man genug Mathe-Sachen gerechnet hatte, dann konnte man die durch so eine Maschine machen und dann wurden die bunten. Das war voll cool. Oh mein Gott, guck mal, Melanie hat voll das gute Skateboard. Das ist ein Hoverboard. Die hat ein Hoverboard. Ein Hoverboard. Das ist Regenbogenfarben und leuchtet. Meine aktuelle Note ist ein Aminos. Das gibt's doch nicht. Was ist eure aktuelle Note? Ah. Da sieht man das. Äh, unten bei deinem Geld. Ich hab auch Aminos. Top, siehst du. Rechts oben siehst du's. Rechts oben. Ah, aktuell A. Ah. Ah. Ich bin unterdurchschnittlich. Meine Performance leidet. Ich, darum. Ich werde euch abonnieren, Flo. Warum ist meine Regenbogen, sagt Melanie. Okay. Wie lange haben wir eigentlich mal Pause? Ich finde, Pause ist schon sehr lang. Egal, wir haben bald Kunst. Was mache ich gerade? Kann man hier selber malen? Ah, nee, das ist das mit diesen Nachstellen. Nee, das ist das mit denen, genau. Ich muss mein A- verbessern. Oh, oh. Oh, da bin ich richtig gut gegangen. Oh Gott, ich bin furchtbar, Leute. Ich hab einen schlechten Start. Oh nein, schlechter Start. Schlechter Start, schlechter Start. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, ups, kannst du das erste zacken? Ah, ich bin fertig. What? Es gibt mehrere. Du musst viele schaffen, wie es geht. So, loll. Oh nein, ich hab's falsch. Ja, das ist ärgerlich, ne? Ja. Nein. Schon. Ey, ich war jetzt mal, ich bin das sicher. Hä, ich hab doch alles richtig gesagt. Hä, ich hab doch noch. Hä? Auf die Antwort, also auf die Frage, ob du doof bist, die Antwort ist nochmal. Ja, das bist du. Hä, was war das gerade? So ein richtiger Leck. Hä, wer leck? Kopier's. Ja. Okay, ich hab jetzt ne Taktik. Ich mach zuerst die grünen, dann rot, dann blau. Warum machst du erst die grünen? Weil die grünen, äh, doppelklick ist. Keine Ahnung. Ich hab schon drei Stück fertig. Achso, jetzt. Ich auch schon drei. Ja, das ist endlich. Wirklich? Ja. Oh ja. Oh Gott, ich bin doof. So. Ich klicke gerade richtig furios hier. Ich nicht. Ah, ist vier fertig? Ja, ich hab auch vier fertig. Oh nein. Ich bin da ein bisschen lang gedauert. Oh mein Gott. Ich hab uns geistig auch ein bisschen lang gedauert. Der Stress, das wird immer komplexer. Er ist beim dritten. Beim dritten? Ja, war er. Ich bin auch beim fünften. Ich bin auch beim fünften. Oh mein Gott. Ich will gewinnen. Das fehlt mir noch. Ja, sechs, 20. Okay, aber das letzte schaff ich auch nicht mehr. Oh nein. Nein, schaff ich nicht mehr. Das ist das Maximum, was ich geschafft habe. Ja, fünf. Oh mein Gott. Ja, ich hab sechs. Schon wieder ein A-. Das gibt's doch nicht. Ich hab eine A. Ich hab auch ein A-. Dafür hab ich jetzt 359 Cash-Kekse. Cash-Kekse? Cash-Kekse. Schulabschluss. Zeig das. Ich bin Zweite. Ja, ich hab ein A. Ich bin Dreiter. Dreiter. Okay, warte. Ich stimme, wir haben Schulabschluss. Ey, wir sind die Top-Vier. Und auch Melanie. Wir sind so schlau. Mann. Das gibt's ja nicht. Okay, Schule ist vorbei. Genau. Weiterer erfolgreicher Schultag. Weiterhin hab ich ein A in der Schule. Ich bin jetzt noch... Ich weiß gar nicht, ob ich letztes Mal schon ein A hatte. Gibst du im Chat an, dass du ein A hast? Gibst du bei den anderen Leuten in Roblox Highschool 2 an, dass du ein A hast? Äh, äh, vielleicht. Florian? Möchtest du da was kompensieren? A plus plus gibt's nicht mehr. Ich bin Esel. Okay. Ja gut, dann teleportiere ich mich mal wieder... Ja, das ist das Wort. Zum Haus? Ja, ich geh jetzt wieder in mein Haus. Besuch mal eine Tinschke. Wie heißt das? Besuche jetzt Mackenzie. Mackenzie meine ich. Der ich vorwurfsvoll jetzt vor ihrem Haus auf lauere. Auf ne gesunde Art und Weise. Ich glaube, sie ist zuhause? Ne. Ey, ne, das ist nicht. Auf der anderen Seite war es... Auf der anderen Seite war es... Danke. So, ich warte jetzt hier, okay? Ah! Was passiert? Die Kicker bestimmt falsch. Ich bange mich bei euch auch gerade. Ja, Träumchen, ne? Oder, okay, wisst ihr was? Ich werde Trankmischer im Club Rat. Sie ist hier drin, sie ist hier drin. Los, los, komm, wir machen Party hier. Oh, zu spät. Ich muss jetzt... Ich brauche jetzt verrückte Tränke für die Party im Club Rat. Jeder möchte einen bestimmten Trank. Müsst ihr den Zutaten holen? Die ist weg, zuhause, Rodya. Liefere den Trank. Ehrlich, okay, warte, dann komme ich wieder zu euch. Ja, vielleicht jetzt ein Teppich hier. Los, komm, Rodya. Hier hat ein Teppich? Jetzt wird's verrückt. Lass uns auf den Teppich kurz. Das kann man, glaube ich, nicht. Guck mal, schade, es ist gerade Party. Die hat den Teppich weggemacht, Tops. Die hat den Teppich... Ja? Die Leute importe ich zu mir. Guck mal, Mackenzie ist ganz schön freizügig unterwegs. Hier. Wollte ich nur mal sagen. Das ist auch... Der Gastgeber hat dich aus deinem Haus entfernt? Was? Was? Mich nicht. Mich nicht. Mich auch nicht. Ich gehe einfach wieder rein. Der Gastgeber hat sich aus deinem Haus entfernt. Nein. Guck mal, Lady schreibt juhu. Die freut sich. Wir gehen wieder rein. Weißt du, ich darf hier bleiben. Einfach immer wieder rein. Das ist Belästigung. Ich bin so lieb. Ich bin lieb, weißt du? Ich bin super. Macht das nicht nach. Vor allem nicht im echten Leben. Wenn Leute euch sagen, geht aus dem Haus raus, dann geht nicht wieder rein. Bitte. Außer wenn es Tops ist. Außer wenn es Tops ist. Aber das wissen wir ja alle. Oh nein, ich bin aus Versehen rausgegangen. Du wirst... Mackenzie, aber... Now! Now go to... Ich glaube, ich glaube, die Hashtags... sind, falls sie flucht. Dass das von Roblox rausgefiltert wird. Der Gastgeber hat hier so ausgeführt. Schon wieder. Ich geh mal immer wieder rein. Guck mal, guck mal. Leni ist auch hier. Leni... Leni ist dabei. Die kann uns nicht... Die kann uns nicht immer entfernen. Warte, die entfernt man mich. Die hat Mackenzie Cycler. Oh no. Jobs, das ist gemein. Die will nicht, dass wir hier sind. Ey, können wir gebannt werden in Roblox? Ich weiß es nicht. Das ist grieffig. Das ist nicht grieffig. Wir spielen ja mit ihr zusammen. Wir haben ja Spaß. Ich glaube, die will nicht mit uns spielen. Guck mal, guck mal hier. Das ist so eine tolle Party. Ich krieg's Pizza. Ansonstige. Ich glaube, die hat jetzt keinen Bock mehr. Ja, die kann uns doch alle entfernen, aber Roblox ist so schlecht programmiert, dass man einfach immer wieder reingehen kann, nachdem man gekickt wird. Ich glaube, Mackenzie flucht einfach im Moment. Nee, die schreibt gerade Hashtag. Warte, schreiben wir mal Hashtags zurück. Nein, schreib nicht Hashtags zurück, sonst senkt die Gefluchung auch. Oh, stimmt. Äh, ach Mackenzie. Lass uns ihr mal Karma geben. Genau, lass uns ihr Karma geben, dann freut sie sich. Get out! Wie kann ich ihr Karma geben? Du drückst auf sie und dann... Auf sie. Geh mal, Flo, geh mal in einen Raum und sag, das ist my room now. Du musst ja immer mal forschen, weil ich so ziehe in eine neue Stadt, da kommen irgendwelche Spasschen rein und sagen... Oh, guck mal, jetzt wird sie höflich. Please, can you just get out? I live in this room. Can you put a bed in? What? Ich hab immer einen Blitz. No. Pass auf, pass auf, jetzt komm ich mal gleich Hashtag. Hashtag Hashtag Hashtag. Guck mal, die Leute raiden das jetzt ja richtig. Wir machen Roblox Trolling. Oh boy. Ey, die regt die Wuschik richtig auf. Vielleicht geht sie gerade zu ihrer Mutter und sagt Die drast mich nicht in Ruhe I'm sorry Mackenzie Ich tue mir die Leid, aber irgendwie finde ich es gerade witziger Ich wohne jetzt hier I give you a million if you get out Okay I'll take Oh Gott, ich kann nicht schreiben I'll take The money Dann bleib mir einfach How much are we talking? Was schon wartet mit der? Aber ist auch so Ja, also ich wohne jetzt hier Kannst du bitte hier ein Bett reinstellen Für den grünes, dank Get out Auch Mackenzie, du warst so kurz davor So kurz warst du davor Mackenzie, das ist keine Art mit Gästen umzugehen I'm setting my house now Oh nein Okay, jetzt fühle ich mich schlecht Oh, das wäre nice Dann wären wir Nachbarn, Flo Ey, bitte lass Ja Ich hab die rausgekickt Ja Oh, sie hat es wirklich verkauft Warte, dann mach mal dein Haus Hast du schon ein Haus? Ne, ne, lass warten, bis die ein neues kaufen Na ja Ich würde sagen, das war es dann auch mal die Folge Ähm, hoppala, jetzt bin ich wieder rein Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag Get out of my house now Und Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.